An, auf, aus, bei, für, gegen, in, mit, nach, über, um, und davon, vor, zu. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute gibt es wieder ein super Video mit einem super mega wichtigen Thema. Verben mit Präpositionen In der deutschen Sprache und in anderen Sprachen gibt es Verben, die eine ganz bestimmte Präposition brauchen. Sie gehören also zusammen, so wie in Warten auf oder Denken an. Das ist für Deutschlerner die erste Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit ist, dass nach einer Präposition ein bestimmter Kasus kommt und hier ist das in der Regel der Akkusativ oder der Dativ. In diesem und in den nächsten Videos werde ich dir die wichtigsten Verben mit Präpositionen vorstellen und dir Beispiele geben, damit du dir das gut merken kannst. Und ich habe noch etwas für dich, damit du dein Deutsch verbessern kannst, nämlich das Einmaleins der Grammatik, das ich für dich erstellt habe. Darin findest du die wichtigsten Grammatikregeln im Überblick mit vielen Übungen und Lösungen, damit du direkt heute anfangen kannst. Natürlich ist das Ganze für dich kostenlos. Den Link zum Download findest du unter dem Video. Bereit? Dann geht's los. Wir beginnen mit der Präposition an, denn die ist erstens am Anfang des Alphabets und zweitens gibt es jede Menge Verben, die die Präposition an benötigen. Heute stelle ich dir die wichtigsten zwölf Mitbeispielen vor. Verben mit an brauchen entweder den Akkusativ oder den Dativ. Das heißt, dass man den Artikel ändern muss und auch das Adjektiv, wenn es eines gibt. Wir beginnen mit dem Akkusativ. Denken an. Woran denkst du gerade? Ich denke an einen leckeren Cheeseburger. Siehst du? Aus dem Artikel ein wird jetzt einen und aus dem Adjektiv lecker wird leckeren. Die Regeln für Adjektivendungen erkläre ich dir aber in einem anderen Video. Schau mal genau auf die Frage woran. Das ist eine Kombination aus wo plus r plus an der Präposition aus dem Beispiel. Und das r braucht man immer nur, wenn die Präposition mit a, e, i, o oder u beginnt, also mit einem Vokal. Es gibt noch eine alternative Frage, die man aber nur benutzt, wenn man nach Menschen oder nach manchen Tieren fragt. An wen denkst du? An meinen kleinen Bruder. Du siehst wieder die Präposition an und das Fragewort wen, das natürlich auch im Akkusativ steht. Ich erinnere mich nicht mehr an meinen ersten Urlaub. Woran erinnere ich mich nicht mehr? An meinen ersten Urlaub. Erinnerst du dich noch an deinen Opa? Nein, leider erinnere ich mich nicht mehr an ihn, denn ich war zu jung, als er starb. An wen erinnere ich mich nicht mehr? An meinen Opa. Hier noch eine grammatische Information für dich. Diese Beispiele sind Präpositionalobjekte. Also alle Beispiele in diesem Video sind Präpositionalobjekte, denn das ist immer der Fall, wenn ein Verb eine bestimmte Präposition braucht. Sich gewöhnen an. Hat dein Freund sich schon an das Leben in Deutschland gewöhnt? Ja, er ist schon seit zwei Jahren hier. Woran hat er sich gewöhnt? An das Leben in Deutschland. Ich kann mich einfach nicht an meinen neuen Lehrer gewöhnen. Er ist so streng. An wen kann ich mich nicht gewöhnen? An meinen neuen Lehrer. Ist der Unterschied zwischen woran und an wen klar geworden? Woran fragt ganz allgemein. Und an wen fragt ganz speziell nach Menschen und nach manchen Tieren, vor allem Haustiere. Achtung, wenn die Präposition sich ändert, dann ändert sich natürlich auch die Frage, also wofür, für wen, womit, mit wem und so weiter. Glauben an. Glaubst du an den Weihnachtsmann? Ich glaube an dich, denn du kannst alles schaffen. Welche Fragen stellen wir hier? Natürlich, an wen glaubst du? Sich wenden an. An wen muss ich mich wenden, wenn ich Informationen über ein Studium in Deutschland suche? Am besten wendest du dich an das Studierendensekretariat der Universität. Übrigens, man wendet sich nur an Menschen. Das heißt, man kann nicht fragen, woran wendest du dich. Man kann nur fragen, an wen wendest du dich. Kommen wir nun zu Verben mit der Präposition an, die den Dativ brauchen. Erkennen an. Woher weißt du, dass das dein Koffer ist? Ich erkenne ihn an dem roten Tuch. Du siehst, der Artikel ist jetzt nicht mehr den, wie beim Akkusativ, sondern dem. Wenn du dir mit den Artikeln unsicher bist, dann schau dir das einmal eins der Grammatik an. Fehlend an. In vielen Ländern fehlt es an einem guten Schulsystem. Woran fehlt es in vielen Ländern? An einem guten Schulsystem. Das bedeutet, es gibt kein gutes Schulsystem, aber es ist nötig. Leiden an. Frau Schmidt leidet an einer seltenen Krankheit. Woran leidet sie? An einer seltenen Krankheit. Vielleicht fragst du dich jetzt, was der Unterschied zwischen Leiden an und Leiden unter ist. Leiden an benutzt man hauptsächlich für Krankheiten. Leiden unter ist viel allgemeiner. Zum Beispiel leide ich momentan sehr an der Hitze. Man kann aber auch unter seinem Chef leiden oder unter schlechten Arbeitsbedingungen. Liegen an. Woran liegt es, dass du nachts so schlecht schläfst? Vielleicht liegt es an der Hitze. Woran liegt es, dass du nicht mehr gerne zur Schule gehst? Es liegt an dem Mathematiklehrer, denn der kann mich überhaupt nicht leiden. Liegen an benutzt man, wenn man über den Grund für eine Sache spricht. Das hat von der Bedeutung aber nichts mit dem Verb liegen zu tun. Übrigens, wenn du sagst, ich liege auf dem Sofa, dann ist auf dem Sofa kein Präpositionalobjekt. Es ist ein Adverbial, denn man fragt wo. Man fragt also nach der Präposition. Und man kann ja auch unter dem Sofa liegen oder neben dem Sofa. Das heißt, liegen hat keine feste Präposition, wenn es um die Position, also um den Ort einer Sache geht. Sterben an. Woran ist dein Opa gestorben? Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. Übrigens kann man nicht fragen, an wem bist du gestorben, denn man kann nicht an einem Menschen sterben. Das ist unlogisch. Man stirbt an Krankheiten, Unfällen oder anderen Dingen. Das gilt auch für Teilnehmen an. Hier handelt es sich um Ereignisse und nicht um Menschen. Zum Beispiel, nimmst du an dem Tennisturnier im Sommer teil? Ja, daran nehme ich teil. Und hier noch eine neue Information für dich. Das kleine Wörtchen daran kann man benutzen, wenn das Thema schon bekannt ist und man die Information nicht nochmal wiederholen möchte. Also, ich nehme an dem Tennisturnier teil hat die gleiche Bedeutung wie ich nehme daran teil. Auch hier gilt wieder, dass es die Präposition beinhaltet, also da plus er plus an, genauso wie bei woran. Und zum Schluss zweifeln an. Der Professor zweifelt daran, dass Thomas die Prüfung besteht. Woran zweifelt der Professor? Dass Thomas die Prüfung besteht. Der Professor glaubt also, dass Thomas die Prüfung nicht bestehen wird. An diesem Beispiel siehst du, dass man daran auch benutzen kann, wenn die Information noch nicht bekannt ist. Schau mal, wenn ich sage, der Professor zweifelt daran, was denkst du dann? Hier fehlt doch Information, oder? Ja, wir wissen jetzt nicht, woran der Professor zweifelt. Aber wir können diese Information in einem Nebensatz ergänzen, und zwar mit das. Ich zweifle nicht daran, dass du das verstehst. In diesem und in den nächsten Videos lernst du die 16 wichtigsten Präpositionen kennen, die von manchen Verben gebraucht werden. Aber keine Sorge, das werden jetzt nicht noch 15 Videos, sondern eher 5. Denn an ist eine Präposition, die von vielen Verben gebraucht wird. Im Gegensatz dazu gibt es Präpositionen, die von wenigen Verben gebraucht werden, und die bekommst du dann zusammen in einem Video. Und jetzt habe ich eine kleine Hausaufgabe für dich. Woran denkst du gerade? Schreib es in die Kommentare und ich werde versuchen, es zu korrigieren. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folge mir natürlich auch auf Instagram und auf TikTok, denn dort kannst du noch besser Deutsch lernen. Ich sag tschüß, bis zum nächsten Video, deine Julia